ja ihr lieben herzlich willkommen zurück halli hallo wir hatten ein wunderschönes wochenende ich hoffe ihr auch und zwar waren wir ihr habt es vielleicht schon gelesen und sehen können in grebes mühlen ja city night hieß es großartige fachenstattung auf jeden fall grebes mühlen es hat uns echt spaß gemacht und für alle die leider nicht dabei sein konnten keine angst wir haben euch was mitgebracht und hier kommt jetzt ein kleines video von unserem wochenende straßenmusik nach langer zeit machen wir im grebes mühlen viel spaß viel spaß so 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 so